willkommen zu fallout 4 ja in der letzten folge habe ich bin ein bisschen rumgehört irgendwo und habe diese fisch verpackungsfabrik gefunden und in der folge werden wir sie mal erkunden gehen viel spaß oder preston erkunden wir jetzt die fischfabrik ja liebst du mich endlich wenn man einen neuen begleiter haben schließt mich reden bis wir zu nett beziehung kommen wir uns du weißt dir zu helfen das muss ich dir lassen ja komm was ich sage ich liebe dich hier hast du ein bonus wegen mir andere begleiter hat auch geklappt ja aber was gibt es hier schönes toter raider nein gehen wir noch höher ach so jetzt bin ich einmal im kreis gelaufen wow lass uns mal gucken was da oben ist sind alle tot das verunsichert mich voll wenn ich nicht weiß warum die tot sind irgendjemand hat die alle abgeknallt dieser jemand bin nicht ich wenn es nicht ich bin verunsichert mich das weil dieser jemand oder etwas kann mich auch töten wie offen das gar nichts doch da ist eine dachluke ich habe da sogar eine mission oder was oder will der dass ich da reingehe um da hinten raus zu kommen äh ne da springe ich nicht runter da schauen wir mal was sich im inneren befindet vielleicht ein paar lebendige raider oder super mutanten oder roboter vielmehr möglichkeit gibt es ja gar nicht mehr fangen wir oben an das tisch wenn der lager zu behalten okay weiter geht's der ist auf jeden Fall tot komm schon noch stück noch stück jawoll cool zahnpasta ich sag's nicht gerne aber es ist zu ruhig ich bin ganz deiner meinung ausnahmsweise mal vor allem da liegen leichen und ich weiß nicht warum vor laut sollte ja eigentlich kein horrorspiel sein da habe ich mir auch voll angespannt bei sowas glaube ich mein horrorspiel spiel ich liebe ich fälle hier aus terminal gucken wir mal ob da was sinnvolles steht boston blue nachrichten am 23 juni 2077 gute neuigkeiten wir konnten ein vertrag mit zwei fischern vor ort abschließen die uns die hälfte ihres blaubarschfangs zur verfügung stellen 100% wären zwar besser gewesen aber immerhin versetzen wir dem abstand unseres konkurrenten einschlag da der blaubarsch zu dieser jahrzeit nach norden zieht hilft das unsere vorrät auf gleichem niveau zu halten jane jane war das abgase nachrichtssel am 7 august 2077 george ich gehörte er von den abgasen der lieferwagen habe ich wieder migräne bekommen wie oft muss ich der erwartungsabteilung noch sagen dass sie die ventilatoren hier drin reparieren sollen wärst du so nett und stellst den entwurf des neuen shell fisch vertrags fertig an dem ich gearbeitet habe du bist der beste danke was ist los wir hören doch alle diese reden da draußen oder kannst du jemand sagen was da los ist niemand wird raus gelassen uns wurde mitgeteilt dass alles abgeriegelt wäre und man sich wieder melden würde das war vor 30 minuten ach ja dave wenn du nächster zeit vorbeikommst sei doch so lieb und bringen mir eine nuka mit anscheinend hat george die letzte getrunken dieser george unglaublich die letzten paar tage vor der von den bomben also nuklearen angriff und dann den letzten tag ab und zu mal schreiben dass die bomben gefallen sind dass die total panik haben und dies und das sei ich ganz interessant gemacht ach so ich bin jetzt beim haupteingang ok aber was ist mit dir passiert es muss doch hier drin mindestens eingehen muss es doch hier geben ein einziger wenigstens wir sollten also vorsichtig sein was gibt es hier makra fisch verpacken importe ja ok durchschnittlich 75.000 pfund pro tag angebote vergleich zur form oder erhöht export importe ok das sind wir jetzt nicht so sehr ja naja bleibt mir ja noch der weg dahinter oder sonst hab ich ja nicht alles abgedeckt schau mal die fällen arme und beine der hat jemand richtig massakriert luka cola ist da was nee haben wir nicht lauf mal das gefällt mir nicht wir haben zu wenig deckung ja ist eigentlich so weich weil einem schon nieder ja mich würde es interessieren ob hier drin überhaupt ein jener existiert wenigstens einer bitte auf der dammtoilette hm boah da hatte ich nochmal glück gehabt glaube ich gerade da kam ich gerade runter ja es muss doch noch tiefer gehen noch ein bisschen tiefer ich kann mir fast vorstellen wie es hier vor dem krieg war ich nicht erzähl es mir wenn ich da jetzt runter schau sterbe ich wahrscheinlich einfach nur oder ich ich nicht gleich so die dicke knopf leuchtet da und ich seh den nicht was ist mit mir los ähm komm hier drauf hier dort drüben ok ok du bist ein richtiger hell dann bleib da idiot ok im keller geht es weiter boah leck boah leck zugekettet ok gleich geht hier was abbestimmt boah leck hast du die soundgeräusche eigentlich wenn du drauf trittst oder so einmal berührst oder so das hat sich bei der vorlaut manchmal schlimmer wie irgendwelche horrorspielen hallo hallo ja komm ja komm oh lass mich hier raus hör halt auf scheiß sinds boah den hab ich schnell erledigt jetzt wissen wir auch wer der übeltäter ist hauptsache der laberte der ist nicht da aber er labert blöder klugscheißer hier das wärs was das wirst du im nahkampf getroffen wird alle 60 kunden ein tarnfeld erzeugt das war voller scheiß das hatte ich schon mal an da würde ich immer wieder unsicht bauen das war totale scheiß wieder wenigstens weiß das hier ah da ist einer dreht noch nicht weg komm zurück bitte kommen sie aus ihrem versteck das hat sogar bitte gesagt systeme beschädigt wer hat wieso hat das alles so billig wert das kann sich mal verkaufen das zeug ich bin mit den modernsten sensoren des instituts ausgestattet ich werde sie finden ja ja darfst du ein sensor lange können sie nicht unerdeckt bleiben überaktive sensoren wir nicht jetzt verstehe mich sie verstecken sich weil sie angst vor dem tod haben ja weil du so hoch modern bist verstecke ich mich hey das habe ich gesehen ich weiß dass sie noch da sind warte da draußen ist was ja so ein dämlicher roboter ist da draußen das weiß ich auch ohne deine klugscheißer methoden hier naja ich wusste dass sie sich zeigen stehe stop langsam geht mir die motion bei der echte aus ich habe nur 8 schuss da ist ein schlüssel was hat der schlüssel schlüssel für mark anlage halt wache hier zwei splittergranaten und ich kann nicht laufen sehr gut genauso wollte ich das wo ist der todler da bist du hey was brauchst du ich möchte mit der handel hätte tauschen kein problem da haben wir ganz scheiß mit ok das bringen wir nicht viel ein bisschen kleidung er kann nicht mehr tragen ausrüsten t auch und auch auch da geht es weiter wie es aussieht immer darunter schon was da ist da liegt nah das ist sie tut ja ja sogar hat er hat nicht drauflaufen behindert geschafft ich frage mich was sie hier wohl hergestellt haben die haben hier fisch verpackt idiot so noch ein bisschen noch ein bisschen ja wohl nur scheiße aber es gibt dp was soll's und terminale zum knacken knacken alles falsch einfach lift ich habe richtig gut geraten aber dreimal 0 geschafft hintereinander white lands weeks ok apple 9 lover protectorsteuerung ach so näh ich habe keine ahnung von diesen alten computern entdeckt seltsam und 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 sie Aus der Hüftabiner Schossen Alter Schon nicht dumm von dem, mich abzufaggeln hier Zwischen die Beine Wird er jetzt weg oder rennt er zu mir? Ja, ich habe vergessen, dass ich da bin oder was? Ich weiß, dass ich noch da bin Schatz, mein stinkender Fisch Ein sehr doll miefender Fisch Ich bin doch noch da Will ich nur überraschen Was habe ich hier? Ein Siedler Ein Zeugstock Da ein alter Fisch will zum Fisch Tesla Forschung, geil Du hast eine Ausgabe von Tesla Forschung gefunden Energiewaffen verursachen darf auf plus 5% Mehr kritischen Schaden Tomorrow's Technologie G4 Today Super Soldier Geil, mitnehmen H-Boss mitnehmen Box mitnehmen Oh, ja, ja Nehm Da oben sind sicher noch Gegner Hundefutter, das könnt ihr selber essen, ihr Schweine Thermostat Nuka Thermostat Nuka Thermostat Nuka Thermostat Nuka Am 30. Juli Larry, anscheinend ist gestern jemand gegen den Thermostat gestoßen Hat die Temperatur um ganze 3 Grad erhöht Unsere Wartungstechniker hat das Problem bei einer routinemäßigen Temperaturprüfung gegen 18 Uhr entdeckt Das ist jetzt schon zum dritten Mal passiert Beim letzten Mal haben wir fast unseren gesamten Tagesbestand verloren Diesmal hatten wir wohl Glück und nichts ist verdorben Gib Bescheid, ob die Wissenschaftler herkommen und zu Sicherheit Analysen an ein paar Marchen durchführen sollen Dave Nuka Aha Nachrichten am 13. Oktober 2077 Jane Tut mir leid, aber das mit den Nuka wird nichts Der Hauptaufzug ist abgeschalten Also stecken wir hier unten wohl eine Weile fest Wenn du irgendwas darüber erfährst, was draußen vor sich geht, lass es mich wissen Vor einiger Zeit habe ich ein Grollen und Beben gespürt Einige der Ladungen sind aus den Regalen gefallen, aber das kriegen wir schon hin Also pass auf dich auf und sag mir, wenn du was hörst Wir machen uns hier unten wirklich sorgt, Dave Achso, die waren hier unten gefangen und die anderen waren oben Ja, die hatten schon eine Arschkalle, muss man schon sagen Sensor meldet feindliche Präsenz Ich bin ein richtiger Scharfschutz irgendwie Ich wollte auch gerade eine Granate werfen, wo ist meine Granate Nehmen sie hier Boah, der tönt mich fast Radioaktivität, Radioaktivität, gegrillt Ist der Anführer, ok Ich wollte ein paar Waffen durchprobieren Die da Ne, die da Wo ist denn die Waffe, die da Der ist tot, sehr gut Sensor führer Wert, sogar Wert ist besser Feuerrat, Reichweite, Schaden, 23 Wahnsinn Kann ich hier nicht her Ja, klar Ja, klar, das ist mein Aufzug Genau Ne, jetzt bin ich gerade ja unten gewesen und ich muss oben Ich stelle keine feindliche Präsenz mehr fest Das ist ein bisschen blöd, man hört die reden, obwohl die einfach 100 Räume weiter sind Oder im Keller oder so Da weiß man nicht, ob die irgendwo um die Ecke stehen oder irgendwo halt Das macht die Sache nicht so einfach Laborstation, sehr gut Heilung Stimpecker herstellen Oh, gleich zwei Stück Oh, gleich zwei Stück Ah, nicht mal zwei Ein paar Drogen Station verlassen Yo Ist da noch was? Nein, verdammt Ich würde gerne hier was Schönes finden, aber im Werkzeugkasten ist eigentlich immer nur scheiße Genau sowas Nur scheiße, wie ich es gesagt habe Mit Dioden Anstatt die Tür zu öffnen, haben die einfach ein Loch in die Wand geboxt Okay Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt, es soll noch irgendwo Feinde sein Okay Jetzt bin ich echt verwirrt, wo sind die Feinde? Sind die jetzt am Eingang oder was? Es kann natürlich auch sein, dass sie jetzt oben, wenn wir den Aufzug wieder hoch nehmen Dass sie dann da warten auf mich Ist auch so Okay Ich habe eine Auf Hör auf Komm 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 Das ist doch ein, oder? Ihre Terminierung ist unvermeidbar. Jaja, geh mir auf die Nerven. Ich terminiere dich gleich. Du möchtest gern Terminator, du. Offenbar ist mein Ziel verschwunden. Ja, offenbar bist du einfach ein Trottel, das bist du. Wir haben Gesellschaft. Ich bin offenbar auch voller Schauschütze, muss ich schon zugeben. Ich schieße es einfach von 10 Schuss, einfach 8 daneben oder so. Zum Glück, ich spiele keine Präzisionsding. So eine Liste. So oft wie ich daneben schieße, wäre das voll peinlich. Okay, jetzt habe ich halt alles erledigt, oder? Jetzt gehe ich bestimmt raus und draußen warten auch noch mal welche auf mich. Aber jetzt habe ich das alles erledigt eigentlich und im Endeffekt weiß ich gar nichts. Oder so. Hat es gar keinen Sinn ergeben, alles zu töten. Ja. Im Großen und Ganzen war das für die Katz. Außer, dass ich dieses eine Heft gefunden habe. Ich glaube, ich habe hier drüben was. Ich habe sie gefunden. Alter, boxt er mich, oder was? Ich glaube, ich habe hier drüben was. Jetzt sind die auf einmal da. Alter, was ist da? Was hat denn der da für eine Knarre, wer auch immer das ist? Der ist schon ein ordentliches Ding. Zündsucher. Das ist legendär, okay. Okay. Kommt der jetzt runter, oder was? Hallo. Ich weiß, dass du da bist. Ah, da ist er, da ist er, da ist er. Da ist ein anderer. Hat er mir die Waffen fallen lassen. Holen die, komm. Preston. Du Schätze, die werden das nicht mehr brauchen. Wo sind sie denn hin? Da sind sie ja. Wo ich. Ha. Blöder Rädel, du. Duell Anten, Kampfrüstung. Schatz von 10% einen Nahkampfangreifer bei einem Treffer zu entwaffnen. Naja, naja. Der Hit ist es ja nicht, aber... Ich will ja nicht meckern. Sie müssen terminiert werden. Alter. Alter, wieso gehe ich da einfach hoch? Ja. Bitter ist er tot. Ja man Oder der ist schon tot Ich glaube der lebt sogar noch Moment Ich geh mal hier um die Säule Von hier Ja keine Ahnung wo das So Ich mach hier mal Schluss mit der Folge Wir haben ja Das hier größtenteils erkundet Ein paar Kleinigkeiten Müssen wir noch in der nächsten Folge erledigen Und dann machen wir weiter mit unserer Mission Ich hoffe es hat euch gefallen Ich hoffe ich bin